Hey Leute! Willkommen zum neuesten Lego Star Wars Custom Update von Mr.HarrisElocker. Also gleich mal vorerst, das ist schon mit meiner YouTube-Karriere verglichen eine Stein-Alter-Kaste. Ja, der Flammenwerfer, der Stone Trooper Flammenwerfer, der ist wie gesagt mit meiner YouTube-Karriere verglichen sehr alt. Der kommt doch nur in einem einzigen Video vor. Und das ist der Custom-Shop. Also mein erster Custom-Shop. Dann würde ich noch was zu Commander Bacara sagen. Also den Fangenschützern geht es nicht so steil runter wie da. Also ich habe dann gleich die Rollen für die Atemfilter. Nö. Ich habe es halt abgeschliffen, damit das für die Wangenschützer besser ist. Okay. Das ist auch sein Custom-Flammenwerfer. Er hat deswegen so ein langes Rohr, weil die... damit dort mehr Munition und so geht. Also damit die Flammen besser sind. Ja. Also das ist ein Sturmtruppen-Flammenwerfer. Für das Imperium. Also ich bin beim Helm, ne. Der Helm... Habe ich hier halt so die zwei Visier-Augen vom Sturmtruppenhelm. Habe ich halt verbunden. Mit dem unten auch. Hier beim Atemfilter ist alles weiß geblieben. Und hier auch. Und hier auch. Ja. Und hier oben ist halt so rot. Ja. Dann Sturmtruppenkörper rot markiert. Alles. Rote Beine. Und in dem Umhang verbirgt sich auch noch da so Farbe. Und hier halt dann seine Arme. Ja. Als... Ja. Als erstes sollte er... Also da war ich... Also in den Sommerferien da war ich so richtig ein Custom-Fieber. Und da wollte ich... Also da hatte ich eine Sturmtruppe frei. Und die wollte ich unbedingt verkustomieren. Da habe ich mich halt im Internet so... Ähm... Clone Commander. Und dann habe ich immer auf die Vorschläge gewartet, ob es vielleicht irgendjemand gibt. Also irgendeinen Commander gibt, den ich nicht kenne. Dass ich den sofort machen kann. Und ja. Dann bin ich auch auf Commander Thorn gekommen. Dann habe ich mir gedacht, den mache ich. Der ist so cool. Und dann ist es aber irgendwie nicht Commander Thorn geworden. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann wird es halt eben so ein Elite-Soldat. Und... Dann habe ich mir versucht, da so eine MG nachzubauen. Hatte ich ja auch. Ich habe ja ein paar MGs. Da habe ich mir gedacht, ne, dann nehme ich das als Flammenwerfer. Brauche ich halt nur noch einen Flammenwerfer Trooper. Ja. Dann habe ich... Ähm... Gesehen, dass ich einen schwarzen Umhang frei hatte. Und habe mal geguckt, wie der mit Umhang aussieht. Fand ich... Fand ich... Ist das schon alles gut auf sie. Hätte ich ihm ja nicht gegeben. Und... Dann habe ich halt gedacht, aber es haben ja so... Normale Truppen, wie diese Klone... haben wir gar keine Umhänge. Ähm... Und... Und... Ja... Dann habe ich mir gedacht, aber Moment, mit einem Flammenwerfer... ... würde das da schon etwas besser passen. Und dann habe ich mir gedacht... Ja... Flammenwerfer Trooper von Storm. Von Imperium halt. Ja... Das wäre es glaube ich jetzt auch schon mit dem Flammenwerfer Trooper Gewege. Also wie gesagt... Alles im Custom Shop. Ja... Und jetzt habe ich auch noch eine Erweiterung gemacht. Es ging ja davon um... Mein Custom Shop... Also besser gesagt meine Custom Werkstatt. Gratis. Alles gratis. Außer der Versand. Nur innerhalb von Österreich. Jetzt ist es anders. Jetzt geht es ähm... Von ähm... Jetzt geht es in Deutschland, Schweiz, Italien und Frankreich. Alles klar. Und ähm... England geht es auch noch. Aber England nur, weil Englischland die Weltsprache ist. Es kostet zwar ein etwas mehr Versand. Und es ist glaube ich auch total etwas unvorstellbar, dass dann so eine kleine Figur die ganze Welt reißt. Und man selber eigentlich nicht. Und... Aber naja. Ja. Also das heißt, wenn ihr eine Figur... Wenn ihr den zum Beispiel jetzt haben wollt, dann... Dann... Dann müsst ihr mir... Ein Kommentar oder eine PN schreiben. Weil ich check diese... Die Nachrichtenbox regelmäßig. Dann gebt ihr mir so einen... Also so eine Sturmtruppe mit. Und... Flammenwerfer... Ja... Schick den lieber nicht mit, weil... Schaut her... Ich glaube man erkennt aus welchen Teil der ist, den kann man sich locker selber machen. Ja... Dann... Dann... Mach ich das durch halt. Und... Ja... Den Rücken... Also im Versand ist das Einzige was du zahlen musst. Aber ja... Damit ich jetzt endlich mal jemand von einem anderen einen Kasten machen kann. Übers... Über Briefkuwerbel. Über den Direktverkauf. Der läuft irgendwie ziemlich gut. Ja... Der... Direktverkauf wird der Einzige der was kostet. Da... Ja... Der Erste... Die Ersten Zwei... Die ähm... Eine Kasten bestellen... Den zahlen ich nicht mehr. Und... Okidoki. Klar. Das war's. Tschüss. Bis jetzt... Das... Bis später. Bis später.